Erleben Sie Winterwelten wie nie zuvor. Mit unserer innovativen Technik können Sie Skipisten und Liftanlagen bequem von zu Hause aus befahren. Und dafür brauchen Sie nicht einmal Ihre Ski anzuschnallen. Vor- und Nacherleben inklusive. Gehen Sie auf Sideskigentour. Planen Sie Ihren nächsten Urlaub oder zeigen Sie Freunden Ihre Lieblingspiste. Willkommen in der virtuellen Welt von GPX 360. Willkommen in Zermatt. Starten Sie Ihre interaktive Videotour. Jetzt! Zoomen Sie sich in das Skigebiet. Klicken Sie an jeden beliebigen Punkt und erkunden Sie die Winterwelt ganz individuell. Fahren Sie mit dem Cursor über die verschiedenen Symbole und erfahren Sie mehr über die eingezeichneten Lifte und Skipisten. Nehmen Sie jede gewünschte Abfahrt und entdecken Sie Zermatt nach Lust und Laune. Die verschiedenen Liftanlagen und Pisten sind auch im Menü zu finden. Einfach anwählen und schon geht's weiter. Sie können die Berge auch anhand des Höhenprofils bezwingen und sich einen exakten Eindruck über die Steigung machen. Ein besonders einladendes Panorama gesichtet? Teilen Sie es gleich mit Freunden oder Familie und verschicken Sie die sportliche Winterlandschaft mit persönlicher Widmung per E-Mail. GPEX 360 Discover the World B加油ة Bầude B seller B B Bis zum nächsten Mal.